Hä? Chasey? Was ist dieses Chasey? Ah, Rapper. Nie gehört. Ja, in den Klicke. Ich erzähl euch hier und heute von Nanny aus Kiel. Pubertierender Spaß und manchmal Rede, der auffiel. Postet halbe Grammys Meet auf seinem Insta-Profil. Und da steht halt auf Waffen, der will doch nur spielen. Dein Twitter-Account, alles gekauft. Dein AK aufs Body, alles künstlich aufgebrauscht. Du bist halt kein Gangster, sondern klein kriminell. Auf dein Album-Cover kommt einfach ein Einhorn drauf. Und Pusha-Beats tut mir wirklich leid. Ich kenn wohl zu wenige Rapper, aber fetter Style. Ich frag nicht ehrlich, warum er deine Tracks nicht teilt. Wir sehen wohl feinlich, lange Pause, der Chasey-Style. Nieder-Scheine sind dein Ziel, du tust alles nur weh. Doch die wurden abgeschafft, du führst in trüben Gewässern. Du kennst nur drei Reime und keiner macht dich besser. Denn von drei deiner Reime reimen sich drei auf Messer. Was ist dieses Chasey? So was kennt man nicht im Bot. Muss das in den Hausmüll oder geht das auf den Schrott? Soll das der nächste Hype sein? Ich feier, wenn du flopst. Und grad roses Opfer, oh, roter Kopf. Deine Freundin verlässt dich, weil sie sich schämt, dass du mit Frauennamen trägst, aber die Jungen nicht prägst. Er tätowiert sich seinen eigenen Namen auf den Arm und hat nichts weiter zu bieten als ein paar Narben auf den Arm. Jammer's kauern in der Ecke, immer auf Hilfe lauern. Entfachst du kein Feuer außer beim Kar-Warschuhbauer und du lässt andere für dich Frauen bedrohen. Nicht mal das kriegst du selbst hin. Was bist du für ein Hundesohn, drei Euro Stundenlohn? Du machst jetzt auf Security, passt auf ein leeres Stadion. Auch wo denkst du bist wie die? Und klar weiß ich, deine Heimatstadt ist hier. Du lebst vom Funflaschen sammeln und bezahlst damit. Dein Miet, du bist ein Jasper-Fanboy. Und ein klein wenig besessen, hast deine Einnahmen verschenkt. Denn du wolltest ja nicht stressen, wenn wir den Tag auch nicht treffen. Gehen wir vier Mille verfressen. Die Küsten-Rekords ist Macht und hier in Clique Beste. Was ist dieses Jay-Z? Sowas kennt man nicht im Bot. Muss das in den Hausmüll oder geht das auf den Schrott? Soll das der nächste Hype sein? Ich feier, wenn du floppst. Und grad roses Opfer, roter Kopf. Was ist dieses Jay-Z? Sowas kennt man nicht im Bot. Muss das in den Hausmüll oder geht das auf den Schrott? Soll das der nächste Hype sein? Ich feier, wenn du floppst. Rückgrat-Roses Opfer, roter Kopf. Ich nahm dich auf, mein Album produzierte dir nen Track. Meine Frau hat sich kaputt gelacht, der Typ ist mega-wag. Mega lange Borsen und nur Eime für den Zweck. Jay-Z geht nicht top ten, Jay-Z hat kein Swag, yeah. Auf geht's! Goodbye! Doch!